Zitronik Erleute und alle herzlich willkommen in seiner weiteren Aufnahme. Hier ist Markus. Jo. Wir spielen hier auf Spinnenkönigin oder irgendwas? Ja, gerade kommen wir zu Spinnenkönigin. Ja. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Ey, zwei Leute aus unserem Team und zwei Gegner haben noch nicht mal ihr Talent gewählt. Kannst du das sehen? Du kannst auf Papa auch Talente anzeigen. Kannst dir angucken, was für Talente die anderen spielen. Mal, lass doch nur überlegen. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Gleich, Chainer auch down. Aua. Markus, das muss mir Aua machen. Alter. Jo. Das hat doch von oben noch jemanden. Jo. Da können wir grad echt wenig machen. Okay, man. Da muss ich jetzt rechts rüber Da muss ich jetzt rechts rüber Jawohl Wähle ein Talent Eine reichende Leistung Oh fuck Was ist denn das da drüben? Ich muss jetzt dann auch mal weg Ich hab null Mana alter Die sind alle Mitte Hey wir sind 2 Level über den Oh Yes Ich hab ihn noch hinterher geschossen Ich dachte auch er ist weg Aber ich hab meinen Schuss noch in der Luft gesehen Und dachte so yeah Weil ich hab ja Verfolgungsschüsse Ich hab ja 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 Ich weiß nicht grad die Schlauße Was ich tun kann Yes Wieder mein Schuss Ich hab ja 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 Oh, oh, die wurde reingesackt. Ich muss Leben retten. Ja, wir sind das Beste. Nein! Ja, mein Schuss, mein Schuss! Wieser wieviel Team war das jetzt, den ich so weghole? Alter! Ich hab'n Dorf. Oh! Wir sind! Wir sind! Oh! Das regnet Leben! Alter! Die Runde geben wir wieder richtig ab! So im Vergleich zur letzten! What the fuck! Ich hab' inzwischen ne 15er Killschick und ne Healer! Na letztens ist auch nicht ganz so schlecht gewesen, immer noch besser die Gegner! Ja, die waren einfach echt besser! Aber wir haben jetzt einfach ne 15er Killschick, Alter! Als Healer hab' ich grad! 15er Killschick! Ja! Nee, du kippst hier nicht auf den Wichser! Ich hab' das alle immer wieder probiert! Boah! Stopp! Irgendwie ist der Lila! Yes! Krach! Lili ist Master of Survival! Das sag ich ja schon immer! Wenn ich überleben will, ich bin Lili! Ich kann mich einfach gegen den Tower gegenheeren, Alter! Das ist schon ziemlich krank! Achtung! Fuck it! Töte, Tepfi! Einschlafen! Ein guter Treffer! Ah fuck! Ich hab' besucht! Boah, überlebt! Ihr habt nur Lili-Frage-Zeit! Seht mal! Ein Blümchen! Er ist hierher und nicht weiter! Oh! Lauf mir entgegen! Mein Schuss! Mein Schuss! Mein Schuss! Da war er wieder! Ein wunderbarer Zauber-Magie-Schuss! Ich dachte, das war auch meiner! Ich bin mir das mit dabei! Ich bin mir das mit dabei! Ich bin mir das mit dabei! Haben wir eigentlich noch was geschrieben auf unserer Jakob, ne? Oh, wieder ich! Ehhh, Ähh, Lauf! Warte! Ach, wirklich! Ich bin der Tank! Ja, aber Tank heißt da für viel Leben ab, du musst keinen leben! Es ist Schaden einstecken! Ich bin kein Tank! Ich bin kein Fank, aber ich glaube, das gefällt. Aber ich bin Master of Steel. Oh, hallo. Ich geh nicht mehr raus. Dann legte ich dir verdammt nochmal seinen Ketten hinter den Rett und den Gegner töte. Und jetzt lauft. Ja, die Runde gehen wir ab. Ja, das wird schon wieder so eine schöne Runde. So ist gerade schön das Leben gerettet, ne? Ja, ich weiß. Endlich da hilf weiter. Ja, das wird es nicht. Oh, ne, oh, ne, oh, ne. Haha, das war gut. Bald kann ich ein neues Gelege spinnen. Machen wir das nicht zu beten. Uh, was ist denn das da drüben? Nein, ich soll's nicht auch einer trink machen, wenn ich einen trink. Ich habe mich gegessen. Ich habe mich gegessen. Oh! Ja, du bist so weit weg. Sorry. Ja, sie hat mich hergezogen, hätte ich sagen. Ja, und dann konnte ich dich nicht mehr hier, weil du zu weit weg warst. Ja, und dann konnte ich dich nicht mehr hier, weil du zu weit weg warst. Ja, ich bin ja hier. Ja, du hast mir so viel... Leicht hier gemacht. Los, erfordern wir ein seltener Lager. Achso. Achso. Lass uns diese Sönne Lager ableeisen. Achso. Achso. Kio. Achso. 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 Du röst nicht, ob du Wichser Machen alle nicht ab Ich glaube, die bleiben da Der Feind wurde ausgelöscht, good job Mein Schult Aber das hat die Schüppst, ich weiß nicht, das ist ein bisschen Gerade durch die Flangen und das hat die Schüppst Aber das machst du nicht, das machst du nicht, Digga Boah Die Team aber doch Doch, tschüss Ich lasse euch euer Mann Der war nicht mal Level 20, okay Das geht weiter Ah, das war gerade echt geil Da kann man sich echt nicht beschweren Die Runde war richtig schön Und ich würde sagen, es ist ja nichts mehr in einer weiteren Folge Horts und bis dahin Servus und tschau Tullu Dschüss Ich bin